Halli, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Try Jump äh Jump World gemeinsam mit Maudado Winterquacker und im Spezialgast Zombey Hallo! Zombey ist tot Winterquacker ok Hey und willkommen zu unserem Jump'n'Run Diesmal bestem Maudado und Zombey gewinnt Infos zum Abbau am Ende viel Spaß Story Du bist im Krankenhaus Da du deinen Freund Zombey besuchen möchtest, der liegt mit Maudado auf einem Zimmer. Maudado war im Koma Oh, helfe Maudado aus dem Koma aufzuwachen Schnell, es wird höchste Zeit Komm mal her Guck mal da rüber, der guckt uns hier mal an Oh Gott Ist das Winterquacker? Ja genau Wir bekommen jetzt hier ein Tutorial, wie man Leute aus dem Koma erweckt Also wenn hier Medizinstudenten sind Ihr könnt hier noch tatsächlich was lernen Bei Maudado auf dem Kanal Müsst ihr jede Folge gucken und schon habt ihr fast schon ein abgeschlossenes Studio Ja, eigentlich könnt ihr dann gar nicht mehr durchfallen ist die Sache Habt ihr eigentlich schon den Master Müsst ihr dann nur eintragen Beim Studiumbüro melden, die wissen dann Bescheid Sagt einfach, sagt Bescheid hier Ja, hab Maudado das Videos geguckt und zack, geben die euch die Urkunde Ihr müsst aber einen Nachweis bringen, ne Ihr müsst irgendwie Screenshots davon machen Genau, von der Watchtime Man kann ja unten auf Youtube, sieht man mittlerweile, wie man immer geguckt hat Das ist notwendig Sommel sitzt da im Kip Oh Gott Ich habe auch ein Gips dabei Sommel, was ist passiert? Ich hab gedacht, du besuchst mich nur Ja Maudado Komm mal hier nach oben Oh Gott Ich bring immer da das Mord Ich muss aber auch zu viel lachen Wartet, wartet, wartet Nicht Spoilern Jetzt bin ich gespannt Der Kind steht immer mal gut Ja Maudado Überarbeite mal deinen Skin, bitte Warte Auf den pinken Teppich Vielleicht wacht er auf, wenn du ihn kitzelst Krabbel unter seiner Decke, um an seinem Bauch zu kitzeln Oh Gott Ich bin schon, schon schick Wo muss ich drauf? Auf meinen Mund? Auf den Mund, ja Hast du ja gerade vorgelesen Ja, ich Ich habe schon wieder vergessen Ihr kennt mich ja Du musst auch gucken von der Seite, sonst siehst du gar nicht dein Doppelkinn War ein Doppelkinn nicht, wenn man zwei nebeneinander hat? Ist das nicht nochmal was anderes? Nee, nee Doppelkinn ist, wenn man da so eine Falte hat Ah, ok Ja, gut In das Loch in Maudado's Decke Na doch, aber ne sehr merkwürdige Decke hier Also war das Ne, das ganze Falte ist Maudado Ich mache da immer Ja, ich falte das immer, wenn mir langweilig ist Obwohl, ich bin ja im Koma Hm Hat sich deine Wer ist hier im Koma langweilig? Wer hat Ja Weckt mich auf, ich langweile mich hier zu Tode Oder war das jemand anderes? Die Pärmügeklaft im Koma War das Zombie? Und dabei ist er gestolpert und hat deswegen ein gebrochenes Bein? Oder? Über deine Decke bin ich gestolpert oder was? Ja Oder beim Falten meiner Decke Ich bin einfach Zombie, der ist Labyrinth-Profi Ja Zombie ist schon am Ende Ja Ah Hallo Maudado Ah Da lang Und Zaki Kairaki Ne, ich hasse Labyrinth, Leute Baut nie wieder ein Labyrinth Schade, er ist nicht aufgewacht Versucht das an seinen Füßen Okay Wach auf Winter Cracker Kille Kille XD Ist hier ein Tischpointer irgendwo? Und Maudado sagt Mäh 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 Ja da unten Hier ist doch einer gewesen Aber ich hab ja nicht drüber gelaufen Hä? Im Koma sagt man was? Und jetzt gehen wir zu Professor Cracker Weiß nicht ob das Doch das ist Ja einfach, ich sag einfach mal ja Ach da, hast ja, du studierst ja Jetzt haben die gehört und jetzt ist er auf einmal Professor Ja also einfach Für alle Krankheiten Ich hab gedacht er ist nur Doktor Oh du hast ein bisschen Ausschlag an der Haut Winter Cracker Joa nice Pickel Oder ein paar Schuppen Och nee Hä? Ärzte sind Fische? Abkürzungsschutz Aber eigentlich wegen den schwarzen Haaren müsste es Winter Cracker sein Und schlingert braune Haare ne? Ich kam nicht an meine Krankenhauszeit Ich war irgendwie zweimal im Krankenhaus in meinem Leben und ich kann mich an gar nichts mehr erinnern Maudado Hallo? M-ääh Du Wer ist du? Das ist irgendein der Map Spieler wahrscheinlich Winter Cracker Hä Du Bist wieder da Maudado Du bist wieder da Maudado Endlich Ich hab dich so verwisst Ooooooh Du hast mich wahrscheinlich den Krügel reif geschlagen hier Auf die schwarze Wolle Vor Freude Ich hab dich ein bisschen fest umarmt Bist du hier runter? Weiß nicht Ich glaub hier oder? Auf die schwarze Wolle und dann nehme ich einfach mal an Aber hier ist der Checkpoint oder geht's schon von Leuten? Aber hier sind... Na gut Hä? Und jetzt müssen wir jetzt zwei mal auch Oh, schwerer Sprung Zwei mal springen und das sind hier wieder Rabo gewonnen Also, hat's doch kein Unterschied gemacht Ja, aber das den Checkpoint war nicht mitgenommen Ja, ich hab kein Checkpoint, wow Braucht er nicht Ich rufe die Checkpoint-Polizei Danke, dass du Maudado aufgeweckt hast Das werde ich dir nie vergessen Danke, mein bester Freund Wer hat denn das jetzt gesagt? Wer hat denn das jetzt gesagt? Wer hat denn das jetzt gesagt? Wer hat denn das jetzt mein bester Freund? Weiß nicht, scheinbar schon, ja Warum bist du Arzt der beste Freund von Zombie? Ach, das wäre ich schon, aber na gut Oh Gott, ich bin einmal Puh, Gott sei Dank, das ist mir nicht passiert Warum kam kein Checkpoint auf meinem gesamten Körper? Weiß nicht Ja, Zombie, lass dir mal einen anoperieren Genau, Hacker Weil ich hab hier alle Checkpoints wieder, Hacker Ich weiß nicht, was du hast Und warum ist Zombie jetzt im Rollstuhl? Das wird irgendwie nicht erklärt Mir wird blöd... Ah ne, das ist Wintercracker jetzt Du war Wintercracker Achso, mir wird plötzlich so schwindelig Was passiert hier nur? Zombie, hilf mir Ich hole einen Arzt Ich dachte, du bist der Arzt Halt durch Oder bin ich das doch? Mir wird plötzlich so schwindelig Was passiert hier nur? Nein, nein, da steht der Maudadu da Zombie, hilf mir Nein, nein, wir helfen Wintercracker, schnell Ok Ab durch den... Ab durch den... Ja, da ist die Medizin... Ja, wir haben Wintercracker verarscht Wir kommen nicht zurück, haha Wir sind wieder zu Hause Deine Mutter vor der Tür Aufstehen Manuel, du musst zur Schule Dein Wecker hat schon zehnmal geleuchtet Du schreibst doch heute eine Mathearbeit Sind wir Manuel? Sind wir GP? Die Map heißt Maudado und Zombie Krankenhaus Es wird immer verwirrender, Leute Wer ist wer? Bin ich der Arzt? Aber aufstehen Manuel und da ist dieser Pulli von Manu Ja, da ist der Pulli von Manu Bin ich Manuel? Du bist jetzt Manuel mit der Kräse Schilder Du musst jetzt... Äh, was ist mit Maudado? Äh, was ist mit Maudado? Darf ich Manu sein? Äh, was ist mit Maudado? Äh, was ist mit Maudado? Dennis, wer ist die Mutter? Welcher Maudado, Manuel? Du hast wieder geträumt! Danke fürs Spielen dieser Map Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst doch eine gute Bewertung da Und schaut auch die Map nochmal an War sehr viel Arbeit Mapperbauer MS Leufeo Helfer Tiet 710 Schaut mal bei Maudado und Zombie vorbei Die machen ich gute Videos Was ist da hinten? Das ist der Hau-Maudado Die Mutter Mal Manus Mutter Und hier ist 2 plus 1 Damit Manu noch Mathe gelernt hat Für seine Matheprüfung Zum Krankenhaus Und sein Pullover Ja, das schaue ich mir jetzt nochmal an Also ich liege im Bett Das ist mir am Anfang nicht mehr aufgefallen Das ist ziemlich cool Sommer Ich sitze im Rollstuhl mit riesen Mund Sommer schreit grad anscheinend sehr laut Er hat starke Schmerzen So wie die Beine Und Wintercracker Wintercracker Warum hab ich so Mini-Krücken? Die sind nicht mehr so lang wie mein Bein Vor allem dein Dings Dieses, dieses Wie heißt das? Das Was du In den Ohren hast und so Wintercracker Wie heißt dieses Ding? Wintercracker Genau, genau Das sieht aus wie eine Medaille Jetzt hättest du grad Silber gewonnen Maudado für Ich bin so richtig dick Guck mal wie breit ich bin Ach Wintercracker Das ist doch egal Maudado sucht die Mongos von Legre Fox Hey Maudado und andere Du wolltest dich gerade mit den Mongos treffen Aber hast leider vergessen wo Schnell geh sie suchen Du hast aber leider vergessen wo Da fehlt ein Punkt Ja trotzdem Wo sie sind hatte ich aber Guck mal du freust dich und hast ein Brötchen in der Hand Guck mal vor allem die Treppe Oh Gott Wintercracker Oh Was Hallo Was ich angehört Es wird kurz der Dämonen aus dir raus brechen Äh Das sieht aus wie ein Herz Die Treppe Ja Hier hast du ein Brötchen in der Hand oder Ja Ist ja richtig hübsch gemacht Was zur Hölle Hey Maudado und andere Och ne das hab ich schon vorgelesen Hey Maudado und andere Oh Oh Guck mal da hinten sind Köpfe Da ist Wintercracker Ich sehe Wintercracker Oh Boah ich sehe mich auch Ich Ah da Da schweben wir Und das ist ein Secret Oh bei O-Saft schon mal nicht Okay Zu O-Saft müssen wir nicht gehen Doch da gibt es ein Secret Maudado Achso Ist jemand in der Mühle von Schlingel Schlingel hat eine Mühle Geht wieder Trinkt ihr jeden Tag Oh Hat mich gemütet Oh hat mich gemütet Trinkt ihr jeden Tag Seinen Sack Sack voll Weizen In die Mühle rein Hey Hörte wartet auf mich Wo seid ihr hin Ich bin davon gemütet Achst du bist hier vor Wintercracker Ja ich habe mich versehen nicht so gesehen Ja Wintercracker habe ich gar nicht gesehen Ich habe nur gesehen wie Zombie wieder davon hüpft Oh bei O-Saft schon mal nicht Oh nein traurig Warte war ein Schild Ja das habe ich schon vorhin vorgelesen Oh Warte 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 mal Magst du die Müde nicht Aber warum hat der hier ein Schneckchen O-Saft Ja O-Saft hat halt eine Schnecke Guck mal die Augen an das ist voll cool Ja das ist echt cool Ist echt cool gemacht Na das Schneckchen 10 vor 10 Schnecken Punkt Gut gemacht O-Saft Hallo Wintercracker schnapp dir das Secret Ach so Und dann gehts weiter über die roten Blöcke Ja das war echt cool Oh Gott Okay Du atmest ja gerne ein momentan Ja habe ich schon Aber du brauchst halt Luft manchmal Schockiert ja Ja wenn ich schockiert bin Wo müssen wir hin Hier sind sie auch Da außen rum Leute Oh da war ein Scheggel Wo war ein Scheggel In dem Haus Okay das war auch nein Jetzt muss ich lachen wenn ich einatme Bei Wintercracker ist auch keiner Wo ist ein Wintercracker? Da drüben Na hier Achso Ach du bist schon weiter gegangen? Hä? Wer ich? Nein Wintercracker ist hinter uns Bin doch hier Achso jetzt seh ich dich Irgendwo ein Scheggel? Ach da Ja und hier ist direkt der nächste Jetzt fällt es mir wieder ein Im Park Zombie ist ja gerade Auch nicht da Zombie ist ja tot Hier ruht irgendeiner Keine Ahnung Sorry Hier ruht nur Zombie Richtig nett Hier ruht irgendeiner Oh ich muss euch was erzählen Also äh liest jetzt die Schilder Oder ne du brauchst die noch Äh bei Awesome Games Done Quick Da hat einer äh Das hab ich gesehen Ich nicht Hä? Geht weiter Ja mit der Vorlese äh wo die Spende vorgelesen wurde Und dann applaudiert wurde Achso okay das hast du gesehen Ja ich darf dir trotzdem erzählen für deine Tüche Ja ja okay Äh da hat einer halt so ein Rennen beendet Von einem halt oder ein Speedrun beendet Von einem Spiel Und dann haben alle applaudiert Und es war während eine Spende vorgelesen hat Und dann in der Spende wurde halt grad vorgelesen Mein Opa ist gerade vor zwei Stunden gestorben Und dann haben alle geklappt Genau in dem Moment Nachdem gesagt wurde Dass er vor zwei Stunden gestorben ist Und daraufhin alle applaudiert Oh Gott Ach man Das war nice Ja das war echt gut Du musst hier hoch Maudado ne? Äh ich bin oben Okay Deine Nachricht Hallo Maudado Du bist leider nicht gekommen Wir sind jetzt woanders Danke Danke Ach woanders seid ihr Achso Gott sei Dank gibt's nur einen Weg durch die Luft Ja Hä? Wie komm ich da hoch? Ach Maudado Ich hab das Gefühl in deinen In deinen Traumwelten haben wir alle Drogen genommen Weil wir in irgendeiner komischen fliegenden Inselwelt wohnen Ganz alleine Wir haben keine Drogen genommen Es gibt nur Es gibt nur einen Weg Der von A nach B führt Das sind schwebende Quäcke Das ist einfach unsere Fantasie Unsere Fantasie Ich bin grad runtergefallen Der hat sich diesmal nicht gemutet Der ist mir runtergefallen Wir haben einfach eine liebhafte Fantasie Aber ich hab gewonnen Erster Ja genau das ist hier doch kein Veteran Oh ich flieg zum Winterquäcker Alter das ist noch ein kleiner Winterquäcker Alter Das sind ja die anderen Danke für Spielen Bitte bewertet Nicht fair Sondern gut Ist schon meine zweite Mongomap Hast die andere nie gespielt Das sind sie ja Oh Gott Richtig traurig Es tut mir leid Aber die Map Die Map war echt gut Die krieg Im anderen Grab lagen seine Träume und Hoffnungen Dass du die erste Map spielst Ach so Schlingelose auf Zombie Ich Le Grey Fox Maudado und Witterquäcker Guck mal unsere Kappe funktionieren alle von hinten Echt? Ja Ja Gut Vielen Dank für's zu sehen Schaut wenn ein anderer vorbei Link ist in der Beschreibung Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Schnell J Plug von